Das ist noch Dr. Dr. Gerd Mütling, das Mathematik-Genie und Comedian Benaissa. Bewegt dein Füßchen, der kleine C, der schläft nur. Hör mal, ist die Musik ab? Habt ihr nicht auch am Wochenende gespielt wieder? Wo denn? In Kugels? In Wucht? In Mittenberg, weiß ich. Ja, denn ich lese das MEIN-ECHO. Kennt ihr das MEIN-ECHO? Habt ihr nicht die Kritik über euren Konzerten gelesen in MEIN-ECHO? Habt ihr nicht gelesen? Die ist sensationell. Ja, ich schlach heute das Internet auf und sehe da auf einmal die Kritik unter der Überschrift WEIT MEHR, als nur Stefan Rath benutztete. Ja, ich weint mehr als nur Stefan Rath und dann frühere TV-Total-Band in Mittenberger-Wiebert. Ihr seid doch noch da, oder? Ja. So, aber das ist wirklich, das ist wirklich eine Konzertkritik. Wenn sich acht leidenschaftliche Musiker gleicher Wellenlänge zusammenfinden, das steht die Große an. Von Beginn an, ich lese nur Ausdruckseite vor, ne? Von Beginn an gab es ausgeklugelt arrangierte Stücke, die durch Ausdruck Spiegelpfeil überzeugten. So, die Stücke hoben abwechselnd einzelne Instrumentengruppen hervor, während der Rest dezent begleitend arrangierte. Die Übergänge dazwischen waren niemals abrupt. Wie geil ist das denn? So, die dreifache Bläserfraktion kreierte helle, klare Tonfolgen und fragte den richtigen Schwung, während Hirsch und Gavido, hier, sagt, unverkassend, durch ihr Zusammenspiel von Schlagzeug und Perkursionen einen rhythmischen Teppich ausrollten. Unterstützt von einem klar die Richtung vorgebenden Bassbillen. Jetzt kommt ihr jetzt zu unserem Gitarristen. Buschs funkig angehauchte Gitarrenberbietung brachte viele Höhepunkte in die Stücke. Nur angehaucht, funkig angehaucht. Kannst du mal einen Unterschied spielen zwischen funkig und funkig angehaucht? Ich spiele erst mal funkig. Erst mal nur funkig. Okay. Okay. So, und jetzt funkig angehaucht. Und jetzt funkig angehaucht, bitte. Ja. Das ist funkig angehaucht. Rockig, jatzig, blusig, von allem ein bisschen und doch so nahtlos ineinandergreifend, dass alles die Wind ergab. So, jetzt geht's weiter. Perkursionssolo, das zunächst zum Träumen und dann zum gepflegten Mittwippen einlädt. Aber das ist jetzt mal... Das würde ich jetzt mal gerne hören. Also, dass die Perkursionssolo zum gepflegten Mittwippen einlädt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber spiele mal bitte diese Perkursionssolo, das zum Träumen eingeladen hat. Kannst du das bitte mal spielen, dass ich mal einen Eindruck bekomme? Ich hab das hier noch nie gehört. Ja. Langweilig.